Kategorie Platzhirsche Platz Nummer 2 ACS Logistics GmbH und KUKAG Die ACS Logistics wurde 2011 am Standort Flughafen Linz-Hörsching gegründet. Wir sind spezialisiert auf weltweite Luft- und Seefrauchtransporte sowie Kurierdienstleistungen. Was uns aber im Speziellen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie wir transportrelevanten Daten verarbeiten und dem Kunden auch dann zielgerichtet zur Verfügung stellen können. So können wir zum Beispiel unseren Kunden mit einer entsprechenden Datenbasis bei der Produktions- und Materialplanung behilflich sein und vor allem etwaige ungeplante Engpässe oder gar Stilstände vermeiden. Ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal der ACS Logistics ist natürlich unsere überschaubare Größe in diesem sehr multinationalen Umfeld und unsere Nähe zum Kunden. Wir betreuen unsere Kunden bedarfsgerecht intensiv und können aufgrund unserer technologischen Kompetenz, die wir auch haben, dementsprechend komplexe Logistiklösungen für Kunden vereinfacht abbilden. ACS Logistics wird als Platzhirsch ausgezeichnet, als ein moderner, schlanker Logistikdienstleister, der seine Leistungen vor allem auch kleiner und mittelbetrieben zugänglich macht. ACS arbeitet mit überwiegend oberösterreichischen Partnerbetrieben zusammen und kann auf ein Netzwerk von über 400 Standorten weltweit zurückgreifen.